Wann treffen wir drei wieder zusammen? Um die siebte Stunde am Brückendamm. Am Mittelpfeiler. Ich lösche die Flammen. Ich mit. Ich komme vom Norden her. Und ich vom Süden. Und ich vom Meer. Und die Brücke muss in den Grund hinein. Und der Zug, der in die Brücke tritt, um die siebte Stunde. Und unser Stolz ist unser Brück. Ich lache. Ich denke an früher zurück.